Ja, genau. Das ist ja auch Schokolade. Aber das ist ja Schokolade. Tatsächlich? Ja. Wer ist jetzt Chef? Ich bin jetzt Chef. Aber den Bad hat keine Schokolade. Ja, ich glaube den Bad hat keine Schokolade. Ach, erzähl nicht so Quatsch. Das ist ja Aschgenasi. Das ist ungeduld. Also noch schlimmer Aschgenasi. Ja, genau. Das ist doch ein Kuschel. Mama, warum ist die Schokolade? Mama, Mama, warum ist die Schokolade? Mama, Mama. Dieser ist wirklich sehr Aschgenasi. Naja. Es ist schon eins weiter. Mama, warum ist die Schokolade? Nicht über dich selber? Die Schokolade ist für, wer gut gegessen hat. Der könnte da her Schokolade. Das sind arabische, also als Unterscheidung. Ja. Und gibt's noch wesentlich mehr? Ja, gibt's nicht mehr. Also unterhalb der Aufreise. Ken, wollen wir ja immer sein. Zum Beispiel, ist Tunisai. Mutter ist aus Tunete. Und dann gibt's Marokkaner. Und die wollen auch nicht verwechselt werden. Und davon hat Tunisai und die Schokolade ist. Ja, die Schokolade ist. Ja, die Schokolade ist. Die Schokolade ist. Ja, die Schokolade ist. Ja, die Schokolade ist.